Herzlich Willkommen meine lieben Freunde was geht es ist wieder für euch euer Lazy und wir befinden uns in einem neuen kleinen wie sagt man dazu in so einem neuen kleinen Gute-Laune-Projekt das den Namen trägt Brawlhalla kurz zu dem Game es ist free to play kann man sich downloaden im PS-Dor und da gibt es richtig fett auf die Fresse da zu diesem Anlass habe ich die Crew zusammengerufen und zwar besteht diese Crew aus dem lieben Paymedics aka Paul der liebe forbidden 403 der Emil und den Bro T-Gix ich kann den Namen einfach nicht aussprechen der Tim hallo guten Abend servus ja und wir spielen im Team Modus wie ihr seht der liebe Paymedics mit dem forbidden also Paul und Emil gegen Tim Bro T-Gix ich sage einfach Tim mann meine Fresse mit dem Koji und mich als Cassidy ja wir spielen auf drei Leben das heißt das Spiel allgemein gesehen ist wie Super Smash Brothers kann man sagen nur halt auf hier auf kostenfrei und auf Playstation ja am Paul dann du bist hier der der hier der weiße ja auch mal rein machen wir am random map und wir haben auf jeden Fall drei Leben das Team wo halt zuerst eliminiert ist ist raus ja also meine lieben Freunde da machen wir jetzt hier keinen Cut und sehen uns dann im aber brauchen wir gar keinen Cut machen Lul geht ja direkt los also GG Jungs und man darf aber auch noch dazu sagen dass der gute Tim und der Paymedics da eher die Profis drin sind der Emil und ich wir sind eher so die Nohands in dem Game man erkennt den Paymedics immer an seiner Noob Scheiße und es ist alles ein bisschen sehr ganz komisch ein bisschen nee Paymedics lass den Scheiß mach nicht den aber Emil wieso ach so schaden habe ich ausgeschaltet den was für ein Schaden ihm Schaden ihm Schaden ja besser ist oh Gott ich habe noch nicht mal ein Hit gelandet doch jetzt nicht auf Emil also es ist alles ein bisschen sehr wow da hat er Tim da hat er Tim nein scheiße da hat er Emil ist scheiße und ich auch fack 0 sehr schön Tim okay ich hole aus mit der Waffe und gibt Emil erst mal ein Paul erst mal beim Emil kriegt aber auch jetzt krieg von Paul ach du scheiße okay ja es ist alles ein bisschen auch interessant zu kommentieren jetzt so also das ist jetzt so ziemlich einfach der erste Versuch das Spiel haben wir gestern so angezockt der Paymedics der macht hier also der Paul der der Hund der macht hier ein bisschen auf auf ganz verschwitztes Gameplay sehe ich da gerade Oh Gott Oh Gott Ah nein Emil war nicht den Ah Emil Nein Oh Gott ich komme doch mal wieder Wuh Ah ne ich will einfach nur ne Waffe jetzt So zack Hey nimmst du Runde nehmen wir aber ne größere Map Ja Oh Gott Tim ah wie viel hast du noch Nein was Oh mein Gott Easy Ich hab einmal mitten drin verkackt da bin ich ihm irgendwie leider runter gefallen als ich nach runter sächen wollte Na gut meine lieben Freunde ich glaube so kommentator technisch ist das jetzt wahrscheinlich nicht die Glanzleistung Aber wir gucken einfach mal wie wir es hinkriegen wir sehen uns dann im nächsten Fight bis gleich So meine lieben Freunde da sind wir wieder zurück 3 2 1 Wir werden das jetzt äh die Team so behalten dass wir im Best of 3 zweimal gegeneinander kämpfen Das heißt wir äh hier äh der 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 Tim Ah Der Tim und ich wir haben jetzt die erste Runde hier verloren Emil Du Dreck Verpiss dich Paul ist direkt down Ah so Das ist Tim Ein gedauunter Paul ist ein guter Paul Ne Ah ja Scheiße sorry Paul Ne Paul so läuft das nicht Was ist das Alte Aua Ne Tim Was Oh mein Gott Der Emil hat mich übel weggeklatscht Ja also es wird hier sehr wenig kommentiert man hört es Es ist auch alles sehr sehr verschwitzt Es geht ja Ah nein Oh Gott ich bin nur da Es geht hier nämlich um Ruhm und Ehre Ah nein oh Der Paul hat gefressen von mir Ne Paul Ganz einfach nein Aua Aua Jawoll Amy Nein Erpiss dich Tim Die bims Tim Oh shit Nein weg da Passt das Ne weg da Nein Oh Gott da komme ich wieder Nein Es ist ganz witzig im Nein Sorry Tim Ach nein ich war down Ach scheiße Oh Gott Oh Gott Null ja 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 Gegeben Alter Nein Weg jetzt du Dreck So zack der Paul kriegt noch einen mit dem Hammer Nein Nein Ich bin down Fuck Sorry Tim So dann kann ich jetzt mich hier rein aufs Konten kommentieren konzentrieren Der Tim ist jetzt ganz allein gegen Pay Medics und gegen Emil am Start Schau dich noch an der Paul Medics da der Hund wir mit seiner Noob scheiße da Oh Oh Gott Oh 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 Also Man sieht die Lebensanzeige wenn sie weiß ist dann ist das Ei noch ganz gut so Hilft lol Äh Tim Alle ich back hier rum Was ist das denn für nen Scheiß Bug Alter Oh Gott Oh jetzt sieht es für den Tim gar nicht mehr gut aus weil er war jetzt gerade eigentlich noch in einer ziemlich komfortablen Lage Jetzt hat er genau so wenig live wie der Pay Medics WHAT THE FUCK IS THAT Dein Arm ist in downtown Das war nicht geplant Ja jetzt jetzt 1 on 1 Emil gegen Tim Nein Tim Komm hol dir Tim Emil Ja Tim drauf Ja Gib ihn Junge Tim ja ganz ja komm Nein 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 Oh mein Gott Was für ein Save Was für ein Save Was für ein Save Nein Alter Ja Tim mach drauf Oh mein Gott Finish him Ja 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 Yes Tim Du geiler Bock Jawohl GG Alter Wuuu Der Tim hat alles gerissen und ich nix egal Meine Freunde damit war das der zweite Fight wir sehen uns im dritten bis gleich Jo meine lieben Freunde wieder dieselbe Map macht aber nix Jetzt kann ich mich tatsächlich auch mal bis hin Na komm mal Air Paul auf Medo du Arschloch Nein nicht schon wieder Oh Gott Ey diese Mitte ist gemein gefährlich wenn du da bist Das ist übel gefährlich alter Dann ist es aus Gott Nein Nein Da war der Paymedix mal weg Fuck Nein Oh Gott Ne 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 Ach scheiße Sorry Tim Pass auf das ist ne Mine Ja Ja Wir haben jetzt einer Noob Scheiße da immer alter Nein Tim Nein 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 Boah Okay jetzt gibts hier aber richtig hart aufs Maul Junge Ich geh jetzt direkt dem Paul Medics nach Oh Gott Ah Was für Paul Medics Hehehehe Der Fotze einfach Oh Was hat das denn Emil Tschüss Junge Drei Geh ihm Junge Wow Ne mach nicht so Oh scheiße Oh Gott Nein Aua Guck mal her Emil Aua Ah Emil Du 1 30er Boah Was ist das Boah Nein Was machst du Ich hab ihm gegeben alter Du hast die Baum auf mich geworfen Das tut mir leid Ich hab aber ihm gegeben alter Und das war die Pflicht Scheiße Paul du Hund Du wirst du wirst vor mir sterben Ich seh das Du wirst definitiv Emil Jetzt komm mal ran hier auf den Meter Ne Der mit seiner Scheiß Noob Scheiße immer Der Arsch Medics alter Ja Emil Was willst du denn Nein Nein Und ich springe ihn auch rein In dem seine Noob Scheiße Oh nein Nein Emil Tschüss Emil Ey das ist echt mies Mit der Emil aber immer noch so in der besten Situation Nein Ja Da ist der Paymedics weg Ha Zack In dein Ernst lässt du mich hier wieder allein Komm mal ran Emil Du Hund Zack Junge komm Nein Boah Nein Nein Oh mein Gott nein Hau ihn raus Emil Tim Tim Du hast grad schon das 1 on 1 gewonnen Tim Ja Nein Nein Tim du hast es grad schon gewonnen Komm Komm Junge Auf gehts Junge Ja Gönn ihm Nein Das war's Das war's Geh fucking geh Ey das ist so eklig bei der Map Der erste Win gehört dem Tim und mir Das hat mich runterkrücken GG an die zwei Arschficker da Leute wir sehen uns gleich wieder in der Lobby mit neuen Teams Bis gleich Ja wir sind wieder zurück Schon wieder auf der gleichen Map Wir gucken mal dass wir da gleich ein bisschen Vielfalt reinbringen Jetzt haben wir auf jeden Fall die Teams gewechselt Meine Wenigkeit spielt mit dem Noob Medics Der wo einfach nur seine Noob Scheiße machen kann und mehr nicht Bam Tim Da kriegst du ein paar auch Small Junior Bam Ich brauche auch mal ne Waffe hier Da liegt eine Komm ich mich nimm Oh 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 Gott Ja Paul richtig verteidige mich So Ah Bruder da war der Tim aber mal ganz schnell weg Ah Das Problem mit meinem Charakter ist das anfälligen Waffen Die Schusswaffen Ah ok Haben die alles so einzelne Anfälligkeiten oder wie Ja kannst du nachlesen im Internet Ah Oh Gott Oh Gott. Ja, mein. Haha, die war geil getreiben, juggi. Verfiss dich. GG für die Bombe, Alter. Die hat mich komplett überrascht, Alter. Ja, ja. Kein Problem, Alter. Gerne wieder. Gerne wieder, Mann. Sag mal, Alter, die Lanze von dem Typ. Ich komme nicht mal zum Schlag hier. Au, 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 au. Die war nice, Emil. Die war echt heftig, ja. Und Paul ist auch weg. Scheiße. Ah! Du gehst dich mit deiner Lanze, Emil. Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Mach! Vom Emil, verpiss dich! Oh, ah. Ah, Emil, nicht so hart! Oh Gott! Scheiße! Ja! Oh Gott! Das ist eine Bombe, Florian. Nein! Das war im Ego seine. Nein! Ich bin raus! Oh Gott, ich habe noch ein Leben. Okay, oh, keine Panik. Auf der hat die Panik. Oh! Oh! Oh, Alter, die sind so ver-kackten Bomben. Nein! 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 Scheiße! Aua! Jawoll! Aufflug! It was at this moment that he knew. He fucked up. Obwohl wir jetzt sind. Oh! Oh! Yes, Mann! Yeah! GG, Alter! GG! Bis gleich, Leute! Ich habe mich gestern gezockt, glaube ich. So, wir sind wieder da. Ah! Leute! Genau! Der Tim, der führt hier seinen Scheiß zu Ende. Was jeden interessiert. Spaß! Bam! Tim! Jetzt gibt es hier mal wieder ordentlich mit der Forstverklopperung. Man kennt es aus Dying Light, Bruder! Ah! Haha! Emil! Ah, ich habe mich noch gesaved. Ah! Das steht jetzt alles ab, ey! Der Tim gibt Emil ganz böse, Alter! Ne, ne, Tim! Das hast du dir jetzt so gedacht, das? Ah! Verpiss dich doch, Tim! Nein, Tim! Ah! Nix gibt's, Tim, Alter! Verpiss dich! Boah! Warum hat es jetzt... Oh, nein! Hab' ich nicht geschafft! Oh, Alter! Scheiße! Ah! Oh Gott! Ich krieg hier richtig heftig! Ja, ich lenke die so ein bisschen ab und der Paul der Finish dann! Ah! Okay, das war's mit mir! Ne, ach, das war's ja du! Und da geht auch mal ein bisschen schlecht! Hehehe! Ah! Oh Gott! Oh, ja, das war's dann mit mir! Da bin ich auch auf dezent raus! Ich hoffe mal, dass... Ich hoffe mal, dass das Game nicht so laut ist, jetzt mal ohne Scheiß! Ich hoffe mal, es war wirklich nicht, also... Das wäre echt ärgerlich, wenn das Game zu... Oh Gott! Ich krieg keine Waffe, Paul! Jetzt! Tschüss, Emil! Oh! Warum treffe ich den nicht? Oh! 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 Ah! 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 Wie er ausweicht! Wie so ein Nutten aller Mann! Jetzt komm her und stell dich da im Schicksal! Aua! Zack! Ah! Ah! Tick! Ausgesteckt! Scheiße! Hahaha! Fuck! Ich hab' alles ausgesteckt! Null! Das tut mir so leid! Hä? Was für ausgesteckt? Ich hab' komplett alles ausgesteckt! Controller! Headset! Alles! Hahaha! So für einen kurzen Moment, aber das kriegen wir ein bisschen über... Alter Tim! Du Lachsack! mit seiner Loops! Mit seiner Loopscheiße schon wieder! Aua! Ja! Das kannst du dir nicht denken! Alter! Tschüss! Nein! Nein! Ich muss es jetzt wieder richten, oder was? Halb neu! Oh ja! Toll! Das war's komplett! Lul! Ja! Mein lieb Freunde! Kurzer Soundpark! Wir sehen uns gleich! Juh! 1 zu 1 steht's! Jetzt geht's hier ins finale schlechte Line rein! Warte! Original Handverkloppung! Au! Ach! 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 Mach was! Scheiße! Ich bin schlecht! Ich mach doch schon was! Alter, der war echt heftig, gut! Also Emil, geh, geh! Der war heavy, also! Aua! Boah! Ja man! Kann nichts mehr machen! Scheiße! Paul Medix, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin gestorben! Du Vollidiot! Hehehe! 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 Ne! Vorsicht! Ja, sehr gut! Ja, sehr gut! Hast du gedacht, Tim, du 31er, he? Oh, fuck! Fuck! Der Coach ist doch schon tot! Jawohl! Schiss! Hehehe! Ja! Ja! Was willst du denn, he? Nein! Ahja! Macht ja die Noob-Taktik hier! Hehehe! Was für Noob-Taktik! Mit mir zusammen ist das völlig okay! Aber gegen mich ist das scheiße! Oh, Paul, wir rasieren gerade gut gegen den Strich, Alter! Fuck! Oh, Gott! Oh, shit, Mann! Oh mein Gott, nein! Scheiße, wir müssen dem Tim jetzt richtig geben, Alter! Nein, die ausweicht wie so eine Schwuchtel! Ja, moin! Ja! 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 Das regelst du! Hey, willst du mich hier abschmeißen, oder was? Ne, ne, der Tim, der fällt da schon los! Oh, ich laufe deine Bombe! Oh, Mann! Paul, du Lappen! Alle wieder jetzt hier weg, regiert der Tim! Was? Aua! Ich krieg nur aufs Maul! Ah, ja! Komm mal her, Tim, auf den Meter! Komm! Baby, Junge! Was willst du jetzt, ne? Ha! Der Tim ist so gut wie im Arsch, Alter! Was? Nein! Oh, was für ein Safe! Ich bin noch Safe, Alter! Paul, pass auf! Paul! Ha, 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 ha! Ich bin schon! Ah! Oh, nein! Oh, mein Gott! Ich bin schon! Ich bin schon! Es ist so, da renne ich immer in die Beine! Ha, 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 ha! Ja, meine lieben Freunde! Dabei ist das zweite Game verloren! Jetzt sind noch der Emil und ich dran, gegen den Paul und den Tim, und diese Schlachterei schauen wir uns gleich an! Ja, wenn es wird. Ja, wohl! Und jetzt kommt noch der finale Fight, Emil und ich gegen die zwei Schwuchteln. Aua! Alter, diese Scheiße hier mit den Zweien. Kannst du doch nicht arbeiten, Alter. Ach, komm schon, Tim, du Arschloch. Zack. Ey. Boah. Nein. 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 Oh, Mann. Was für eine Scheiße. Nein. Das ist so ein dummes Kind, der Foul, Alter. Oh, Junge. Den hast du gefressen, Alter. Den hast du richtig gefressen, Junge. Den hast du wirklich gefressen, Alter. Das ist völlig zu Recht, Junge. Nein. Aua. 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 Aua, Tim. Aua, Tim, du asozial. Ja, sehr schön gemacht, Emil. Nein. Nein. Oh, fuck. Okay. Alter, die zerficken uns so krass. Ah, ja, genau, was ich noch erwähnen wollte, also der, Emil und ich, wir sind eher die zwei No-Händler in dem Game. Und der, Tim, das hast du schon vorhin gesagt. Ja, aber man kann es immer mal wieder gern sagen, so, wow, Tim, du Arschloch, ha? Und da fühlt sich das halt immer noch besonders geil an, wenn man so einen Noob wie dem Paul, der wo eh nur seine dumme Noob scheiße machen kann, man richtig ins Maul geben kann, Alter. Füge dich, Tim. Ach, komm, das ist so nicht dumm, ich, ja, ich darf es nicht sagen, also. Nein. Meus. Ach, du glaubst das nicht, Alter. Ja, da machst du gar nichts. Ja, die kommen, bro, Alter. Die sind beide einmal verreckt, Alter. Leute, wir sehen uns gleich im letzten Fight. So, meine lieben Freunde. Emil und ich, wir sind 1-0 hinten. Jetzt sind wir aber drauf und dran, aufzuholen und den zwei Weibern hier mal richtig in den Arsch zu treten. Ja, klar, ich werde voll durchgereicht. Ah, shit. Alter. Alter. Er holt mich dreimal einfach mit dem gleichen Mushy-Move, Alter, ist das heftig. Sauber, Emil. Nein, Mist. Der Witt, halt, ich hab's mir erlebt. Ich hab grad auch voll gefällt. Ich hab nicht gefällt, wo ich bin. Die Senub-Kacke, wie mich das so aufregt, Alter. Tschüss, Tim. Nö. Ja, doch. Lass mich weg. Der Emil und ich, wir regeln das zusammen. Na, Paul, verpiss dich. Nö. Nö, nee, Tim. Boah. Oh, mein Gott, ich lande genau auf der Wiener, Alter. Ist das belastend, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah. Klar, wer hat diese scheiß Stahl-Ding jetzt geschmissen, Alter? Boah. Nein! Oh, Mann. Was für eine Scheiße. Emil kann das, Emil kann das natürlich noch gewinnen, ist ja ganz klar. Ja, bestimmt. Alter. Ja, aber so an sich, das Game, ohne Scheiß, Leute, das Game macht richtig übel Fun, außer man spielt natürlich mit solchen Arschlöchern wie mit dem Paymedics. Das ist ganz klar, dann machen solche Games keinen Spaß mehr, aber das ist ja ganz normal und auch verständlich. Weil der Paymedics, wenn man den jetzt auf Tekken überträgt, das ist der Typ von Spielern, wo immer X drückt. Der, wo immer X drückt. Einfach immer das Gleiche mal. Aber egal, wenn man nicht anders gewinnen kann, dann halt so. Mein lieber Paymedics, du bist offiziell jetzt ein Arschloch. Dankeschön dafür. Stellen wir noch was vor von dem Game oder lassen wir das jetzt beim 2 gegen 2? Was machen wir noch? Das ist... Noch ein, alle gegen alle machen. Alles klar, gesagt, getan, GG und bis gleich. So, meine lieben Freunde, im letzten Gefecht, alle gegen alle, entscheidet sich jetzt, wer der absolute King von allen ist. Da geben sich die zwei richtigen Fotzen aufs Maul sich... Oh, hopperlein, das muss ich irgendwie rauspiepen, das war scheiße. Aua! Pat, du hast schon ein paar Sachen gesagt, die du, glaube ich, piepst. Ich piepst gleich dich raus. Eigentlich darf ich dich niemals mehr in die Aufnahme nehmen. Mann! Boah! Boah! Alter, ist das ein reines Rumgeschlacht. Aber es macht echt übel Spaß, Leute. Also es dürfte es euch echt mal gönnen. Ey! Es ist komplett free to play. Oh Gott, ich schieb mich selber an, Mann! Oh Gott, das war heavy, Alter. Nee, nee, du kleine 31er. Nee, nee! Bruder, da bin ich am Start, Alter. Ah, ich muss noch... Oh Gott! Also mach stetisch, Sauer, Alter. Aua! Okay. Wer hat schon einkassiert? Emil und ich? Oder wir haben beide schon einkassiert, oder wie ist das? Ich hab grad auch kassiert. Nur ein Paul fehlt. Nein! Nimm die Bombe nicht, du Arschloch! Fuck! Ah! Du hast schön als Landemann benutzt, Paul. Ich hab's. Ach, komm schon! Werden diese Stachel-Scheiße jetzt geschmissen hier? Ah! Oh! Was geht hier ab, Alter? Oh Gott! Nein, Emil! Äh, Tim! Aua! Paul, du Arschloch! Ah, Tim! Tschüss! Paul, war ich nicht. Bin ich geflogen. Doch, du bist doch der Gelbe, oder? Na. Ja, aber ich bin nicht rausgeflogen. Ja, aber trotzdem, du hast einen bekommen und das freut mich ja schon. Aua, oah! Scheiße. Jetzt komm mal ran hier auf den Meter. Nee! Oh Gott! Ohohohoho, aua! Wer war das? Wer war das? Sag's nicht, du Arschloch! Normalerweise würde ich sagen GG, aber bei Paul sah ich das nicht, Alter. Da verpiss dich. Nee, was willst du denn jetzt hier? Nee, nee! Tschüss! Ach du, mit deiner Noob Scheiße! Mann! Junge! Ja, hier. Was willst du von mir, Tim? Oh! Oh! Ich bin raus. Ja, ist doch mal echt... Ist doch mal echt Zeit geworden, Alter. Nein, ich fick mich selber mit der Nade. Ich hab mich da unten dreimal geklatscht und dann oben bin ich genau in die Falle reingelaufen. Nein! Komm her, du Arschloch! Nein! Wie kann das sein, Alter? Ah! Ah, ja! Was? Hol ihn! Nein! 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 Oh mein Gott! Ah, nein! Ah, GG! Oh mein Gott! Ja, meine lieben Freunde, ja, das soll es dann, denke ich mal, auch von Brawlhalla gewesen sein. Ist ein absolut geiles Free-to-Play-Game. Kann man sich echt enjoyen, kann man sich reinziehen, kann man, glaube ich, auch ranked spielen. Hattet ihr irgendwas gesagt? Ich bin da jetzt noch nicht so drin. Ja. Ich hoffe mal... 1 gegen 1 und 2 gegen 2 ranked. Ich hoffe mal, dass die Jungs auch in Zukunft vielleicht mal wieder bei einer Runde Brawlhalla oder eben auch andere Games. Wir gucken da mal, was wir so haben für den Sonntag. Und dass wir vielleicht einfach ein bisschen Abwechslung haben. Ich hoffe mal, ihr seid dann mal wieder am Start. Ich möchte aber ganz schnell nochmal danken, dass ihr überhaupt am Start seid, weil es ja nichts Selbstverständliches ist. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an den lieben Emil, Verbidden403, an den Bro-T-Gigs, an den guten Tim. Danke euch. Vielen lieben Dank. No problemo. Alles klar. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder am Start. Wenn es hier wieder heiß auf dem Kanal ein bisschen, ja, hier, Friendzone. Keine Ahnung, wie wir das nennen. Ich weiß es nicht. Aufs Maul mit der Crew. Bis dann, Leute. Hau da rein. Tschüss. Genau. Aufs Maul mit der Crew. Aufs Maul mit der Crew.